das ist michelle und michelle hat an der seite und die andere seite ist schön lang und dann machen wir ein open braid mit loose wave das werden wir dann zeigen michelle und ich haben es auch geschafft heute es hat ein bisschen lang gedauert aber es hat sich gelohnt und das ist schön geworden ihre schöne lange eigene haare und wir haben loose wave rein geflochten und ein paar offene gelassen oben am ansatz dass man die anknüpfstellen nicht sieht und viel spaß michelle bitte bis nächstes mal